Die Hasensprünge schulen dein Gleichgewicht und trainieren dein Herz-Kreislauf-System. Stelle dich hüftbreit auf, geh in eine halbe Hocke, indem du deine Hüfte nach hinten schiebst, deine Knie beugst und dich leicht nach vorne lehnst. Springe mit beiden Beinen gleichzeitig nach vorne, indem du deine Hüfte nach vorne schiebst und dich vom Boden abdrückst. Fange mit kleinen Sprüngen an. Und steigere dich. Lande mit beiden Füßen gleichzeitig und fest am Boden. Deine Knie sollten deinen Sprung abfangen, ohne nach innen zu knicken. Deine Knie Deine Knie Deine Knie Deine Knie Deine Knie Deine Knie